Willkommen bei profischnapp.de. Mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute ein Schnäppchen von K&W Himmola aus Lichtenfels, direkt aus der Hausausstellung zu uns. Ist das Modell gekommen? 7206 als Ecke mit zwei Innenkleidern in Top-Leder Bronco 78 Dunkelbraun. Sie sitzen hervorragend. Sie haben einen Hochlenkkomfort. Und Sie haben in diesen beiden Sitzen einen Innenkleiner, einen Wall-Free-Beschlag, der nach vorne schiebt, sodass Sie an der Wand bleiben können. Mit höchster Bequemlichkeit. Jetzt justiere ich nach. Und das sind diese beiden Sitzen. Komfort-Sitze. Soft oben, fest unten. Und jetzt sehen Sie von der ganzen Technik gar nichts. Sie brauchen ein bisschen Strom. Und sonst brauchen Sie nichts, außer Bequemlichkeit. Eine tolle Garnitur aus der Hausausstellung. Zum absoluten Schnäppchenpreis. Im Prinzip kriegen Sie die gesamte Technik geschenkt. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was die Gruppe neu kostet. K&W 7206, links 2,88 Meter, rechts 2,99 Meter. Schnappen Sie zu, wenn Sie es bequem haben wollen. Wenn Sie toll sitzen wollen. Wenn Sie Profi-Schnappen wollen. Profi-Schnapp, da wo der Profi schnappt. Und Tschüss. Schnapp, da wo der Profi schnappt.